Hallo und herzlich willkommen, dieser Kaffee war sehr nötig, deswegen hat das jetzt noch 10 Minuten gedauert. Willkommen zu dem Division Stream Looten und Leveln, vor allem Leveln, mit mir, dem Simon. Und herzlich willkommen an euch alle, die jetzt hier so zahlreich im Chat erschienen sind, freut mich sehr. Und auch hallo an alle, die jetzt den Live-Mitschnitt auf YouTube sehen. Ihr habt es leider verpasst, aber das nächste Mal könnt ihr vielleicht mitspielen. So, ihr seht, ich bin erst Level 20, beziehungsweise seht ihr nicht, weil mein Gesicht davor ist. Das ist natürlich blöd. Ja, ich bin tatsächlich noch Level 20 in der Division. Was soll ich sagen, ich war zwei Wochen krank und habe jetzt lieber Bloodborne gespielt. Ihr wisst es ja. Aber das wollen wir ändern. Wir wollen jetzt mal schauen, dass wir mich mal aufs Max-Level kriegen. Dass ich auch endlich mal Daily Missions, Challenges und so weiter und dann auch dahingehend ein paar Videos für euch machen kann. Ich habe gedacht, Leveln wir halt einfach zusammen im Livestream, wenn ich das jetzt eh das Wochenende mache. Und das ist folgendermaßen gedacht. Ihr könnt jetzt gerne mitspielen. Ich glaube, wenn ich so gucke. Ne, ist noch keiner drin. Könnt ihr jetzt gerne hier rein. Join in die Gruppe. Ich mache das mal zu einer offenen Gruppe. Und dann gebe ich euch nochmal kurz den Hinweis für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Auf PSN für PS4 haben wir hier eine Gruppe. The Division Doppelpunkt Bad Beards Crew. Die ist primär dafür gedacht, Leute zum Zocken zu finden. Das funktioniert auch ganz gut. Also hier ist immer so ein reger Austausch zwischen den Leuten, die hier sich irgendwie Leute für Dark Zone und so weiter suchen. Das ist eine coole Sache. Habe ich damals auch für Destiny gemacht. Hier gibt es auch die Destiny Bad Beards Crew. Haben wir irgendwie in all diesen Games, die ich viel spiele, eine Crew. Finde ich sehr witzig. Also da könnt ihr einfach reingehen. Das ist eine offene Gruppe. Und über diese Gruppe könnt ihr auch hier gucken bei NowPlaying zum Beispiel. Da wäre ich dann auch, und da könnte, hier bin ich glaube ich irgendwo, na keine Ahnung, ein anderer mit einem grünen Gesicht. Könnt ihr dann hier rein joinen. Und jetzt gucke ich mal, schon einer drin. Der Earl. Hallo Earl, du bist auch im Chat, habe ich gesehen. Übrigens, hallo Dirty Larry. Goroth LP, grüß dich. Monkey Manager, schön, dass du wieder dabei bist. Cod Fan, grüß dich auch. War auch vorgestern im Bloodborne Stream dabei. Kannst erst später mitzocken. Ist ja kein Problem. Ne, Gruppe ist offen. Der Earl ist auch erst Level 24. Puh, ich bin nicht der Einzige, der noch hinterher hängt. Ja, wie gesagt, kommt einfach rein. Ne, Gruppe müsste jetzt offen sein. Und was wir jetzt machen, logischerweise, um schnell zu leveln, ist natürlich, erstmal hier auf der rechten Seite von New York, die Story-Mission fertig machen, die ich noch nicht gemacht habe. Ihr seht, ne, da ist noch einiges zu tun, aber ich denke, das kriegen wir hin zusammen. So, ich teleportiere mich erstmal hier zu so einem Safe-House am besten. Ne, Earl kannst ja auch gerade mal machen. Hallo Hexer, grüße dich. Und, äh, ja, in der Zeit, so, wie, äh, wo ich das mache, ne, kommt einfach in die Gruppe rein. Joint einfach, wie gesagt, ist offen. Dann sind wir zu viert, dann läuft das Ganze viel besser. Also, ne, traut euch ruhig, ihr könnt gerne mitspielen. Ich überlege, ob es sich lohnt. Äh, ne, ich glaube, heute möchte ich wirklich einfach mal nur Missionen grinden, beziehungsweise, ne, jetzt hier, äh, die Story-Missionen machen und aufleveln so schnell wie möglich. Und dann später, ähm, ja, wenn ich ein bisschen höheres Level bin, gehen wir vielleicht mal wieder in die Dark Zone. Wenn ihr nachher Bock drauf habt, können wir natürlich mal gucken, ob wir das machen. Aber jetzt will ich halt erst mal ein bisschen leveln. Ich, äh, ja, wie gesagt, bin da halt jetzt ein kleines bisschen hinterher. So, was haben wir eigentlich hier für Equipment? Ach ja, die habe ich mir eben gekauft, genau. Hier mal zum ersten Mal so eine überlegene Waffe. Kann man ruhig mal machen zwischendurch, zum leveln, dass es ein bisschen mehr Damage gibt. Das ist der Earl, der sieht aus wie Kyle aus South Park mit seiner, seiner Fellmütze. Aber ich, äh, finde immer noch, ich sehe am besten aus mit der runden Sonnenbrille. Könnt ihr ja mal überlegen, warum, ne. Runde Sonnenbrillen, verdammt cool, in den 70ern. So, blöde Frage, wie lange ich streame, sagt der Cod-Fan. Das weiß ich gar nicht, Open End sozusagen. Ich werde jetzt hier einfach, wie gesagt, leveln mit euch. Und, äh, dann schauen wir mal. Ich habe sogar überlegt, ob ich danach noch was anderes streame. Kommt drauf an, wie viele von euch jetzt Bock haben auf der Division. Aber, wenn ich mir so den Chat angucke und, äh, die Zuschauerzahl, dann denke ich mal, ihr habt schon Lust auf der Division. Ich hatte ja versprochen, dass ich da zum One-Stream mache. Mal wieder, ähm, ja. Jetzt bin ich auch mal dazu gekommen. Okay. Ähm. Ich bin erst level 14, sagt der Guroth. Ja. Ne, siehste mal. Bin ich nicht der Einzige, der hier ein bisschen hinterher hängt. Okay, das reicht jetzt aber hier mit dem Rumgejumpe. Ne, wir müssen jetzt mal hier die level 20er Mission machen. Also, diese Berichte über Riker's Aktivitäten auf der Lexington Stimme. Ein JTF-Team konnte bestätigen, dass sie dort ihre Basis haben. Hier sind da noch schon direkt so ein paar Dudes, sehe ich doch gerade. Aber wo? Ah, da. Ich liebe diesen, äh, Elektro-Turm. Oh, Shotgun-Dudes, die sind natürlich gefährlich. Ich habe gehört, in den Challenge-Modi sind die Shotgun-Typen die schwierigsten Gegner, weil die einen One-Hitten, egal wie gut man ausgerüstet ist. Also später, ne, mit level 30, kann man ja Daily-Missions und Challenge-Modi machen. Und, äh, also hat mir gestern tatsächlich in der Kneipe ein Kollege erzählt, ist seltsam, jetzt immer, wenn ich unterwegs bin, sprechen mich Leute auf der Division an. Also scheinbar soll ich, soll ich jetzt echt mal ein bisschen mehr der Division spielen. Ähm, und der meinte halt, in diesem Challenge-Modi kriegt man wirklich richtig auf den Sack. So von wegen, ähm, das dauert dann locker mal eine Stunde oder zwei, bis man das durchgespielt hat. Aber, wenn man ein gut eingespieltes Team hat, kann man das halt auch machen. Und, äh, auch täglich so oft wiederholen, wie man möchte. Ihr wisst das wahrscheinlich alle schon, ne, wahrscheinlich die meisten sind schon ein bisschen weiter als ich. Aber da muss ich halt erstmal hinkommen. Und dann kann ich halt auch, äh, schicke Guides machen zu Builds im Endgame und so ein Kram. Das hatte ich ja eigentlich vor. Ne, ist halt jetzt, wie gesagt, äh, nicht mehr ganz so aktuell. Aber, kriegen wir noch hin. Vielleicht schaffe ich es dieses Wochenende bis Level 30, da muss ich mich aber ranhalten. Ihr könnt mich ja ein bisschen unterstützen, wie gesagt. Ja, okay. Also, Earl ist auf jeden Fall drin, ne. Wenn ihr jetzt selber Bock habt, kommt einfach rein, wenn ihr ungefähr in dem Levelbereich seid. Wenn ihr höher seid, ist natürlich auch okay. Dann geht das Ganze hier ein bisschen schneller von der Hand. Ansonsten mache ich gleich hier vorne die Gruppensuche auf bei der Mission, würde ich sagen. Dann kriegen wir halt irgendwelche Spieler zugeteilt. Oh, da ist noch einer reingekommen auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Freut mich. So, was haben wir hier? Der CH. Okay. Ich lese jetzt die Nummer nicht vor. Hoffentlich spielt der auch mit. So, Doper Dude sagt Level 30 und Dark Zone Level 40. Meine Güte, das ist fast Max-Level, ne. Dark Zone geht bis Level 50. Dann hast du aber ganz schön Zeit da reingesteckt. Also, ich habe gelesen, der erste Typ, der Max-Level in Dark Zone und, ne, regulär hat, der hat irgendwie 170 Stunden oder so gespielt. Das ist so, schon fast ja so Destiny Jahr 1 Niveau, was man da spielen muss, um, um halt die, äh, um das Max-Level zu erreichen. Scheiße, wenig Loot, 8 Stunden Dark Zone gefarmt. Okay, für einen Mod. 10, okay. 10 bis 20 Minuten ist man durch, durch so ein Challenge. Oder was meinst du? Wo ist man 10 bis 20 Minuten durch? Habe ich da gerade Mist erzählt über den Challenge-Modus. Dark Zone geht bis Level 99. 90, so, okay. Seid ihr euch da sicher? Weil ich weiß, eigentlich mit, äh, die Dark Zone Truhen gehen doch nur bis Level 50. Also, es gibt ja da diese Truhen, die man nur mit einem gewissen Dark Zone Level öffnen kann. Und soweit ich das weiß, äh, gehen diese Dark Zone Truhen ja nur bis Level 50. Okay, der Typ ist auch wieder raus. So, okay. Dann muss ja Earl und ich das wohl alleine machen. Hier kommt direkt so ein Digger Dude. Dann schmeiße ich dem jetzt mal meinen, oh, meinen Turm da hin und roll mich erstmal hier weg. So. Also, der Turm ist natürlich jetzt, äh, sehr geschickt platziert. So schön neben der Treppe, wo er den gar nicht trifft. Hast du gut gemacht, Simon. Hast du gut gemacht. Pro Gaming. Hier hinten, eigentlich müsste ich den mal hier auf den Rucksack schießen. Weil das ist ja ein Weakspot. Da gehen dann so ein paar, äh, Granaten oder sowas hoch. Ja, ich hole mich schon mal hier prophylaktisch weg. Okay. Oder ansonsten halt einfach in den Kopf schießen. Das hilft auch immer. Oh, shit. Ja, der Earl hat's gemacht. Der hat ihm hinten auf den Rucksack geschossen. Deswegen ist er gerade explodiert. So, das gab jetzt erstmal nochmal schön Credits und Experience. Warte mal, hier ist da noch irgendwo einer. Ah! Da ist er. Oder die. Ich hab hier so ein, ihr seht das, ne? So ein, äh, semi-automatisches Rifle. Das find ich eigentlich ganz geil. Damit kann man ein bisschen präziser schießen, weil die Knarren in diesem Spiel total viel Recoil haben, find ich. Ich weiß nicht, wie ihr da Erfahrungen gemacht habt im Endgame, ob das dann besser wird. Man kann natürlich dann auch dementsprechend Mods drauf machen, dass die weniger Recoil haben, mehr Präzision und so weiter. Ist ja ziemlich geil, dass man die Sachen hier so customisen kann. Aber ich find halt allgemein, die Waffen hier, die haben richtig viel Kickback. Da muss man schon einiges, einiges kompensieren. So. So, jetzt haben wir hier noch einen. Kali, wie auch immer. Okay. Äh, auch Level 20. Ja, passt. Der kann ja, kann ja mal hierher kommen. Dann gehen der Earl und ich schon mal da alleine rein, ne? 99, 100%. Okay, alles klar. Ihr seid euch also sicher. Manche Streamer sind schon auf Level 80 in der Dark Zone. Meine Fresse. Ja, es gibt Leute, die sich jetzt halt voll da reingehangen haben in The Division. Ich wollte ja auch viel Zeug dazu machen. Ich hab am Anfang ein paar Videos gemacht. Ihr wisst ja, dass ich da zu der Zeit leider super krank war. Und dann musste ich halt auf der Arbeit noch einiges nachholen. Ähm. Und bin deswegen halt auch gar nicht so viel zum Zocken gekommen diese Woche. Das erste, was ich so richtig wieder gemacht hab, war Salt and Sanctuary. Also dieses 2D Dark Souls Ding mit dem Dirk. Äh, wisst ihr ja, hab ich auch ein Video auf meinem Kanal gemacht. Da, ja, hatte ich mal wieder einfach Lust irgendwas zu machen. Das fand ich ganz lustig. Und da halt Dark Souls 3 rauskommt, bin ich in die Richtung halt eh gehypt. Und dann hab ich ja, glaub ich, vorgestern nochmal einen Bloodborne-Stream gemacht, weil ich da auch Bock drauf hatte. Ähm. In den DLC reingeguckt. Der Bock schwer ist, hab ich gemerkt. Den ich auch noch nicht gesehen hab. Also ihr seht schon, ich bin da super gehypt. Aber ich hatte ja versprochen, jetzt wo es mir wieder besser geht. Ne, wir spielen auch, oh shit. Wir spielen auch ein bisschen Division. Also denen geht's nicht gut. Ähm. Welcome to the party. Was ist das denn hier? Okay. Not bad. So, der Typ da hinten, der braucht wohl noch einen Moment. Ist ein bisschen problematisch, weil die Mission ja hochskaliert wird. Also die Gegner schwerer werden, weil der Earl und ich jetzt noch einen im Team haben. Das ist natürlich dumm. Aber was soll man machen? Hier diese Mannequins. Das ist ja... Hier erinnert mich irgendwie an die erste Folge vom neuen Doctor Who. Dem BBC Doctor Who. Kennt ihr das? Na, bestimmt. Bestimmt irgendwer. Bin ich ein großer Fan von. Okay. Mal durchladen. Ja. Hier geht der Earl direkt ran. Ich mach das dann auch mal so. Ja. Aber dieser Schockturm, den find ich cool, weil der die Gegner halt kurz so außer Gefecht sitzt, setzt, auch wenn die dann Granaten haben und so, lassen die die fallen. Also das ist sehr, sehr praktisch. So als Support-Ding, sag ich mal. Ich überlege halt jetzt schon, ich bin zwar noch nicht im Endgame, aber ich überlege halt jetzt schon, ich hab schon so ein paar Ideen für gute Team-Builds, weil gerade dieser Challenge-Modus, da kann man ja wirklich sagen, okay, wir machen einen Tank, wir machen einen Heiler und so weiter. Also jeder übernimmt so eine dedizierte Rolle, wie in so einem MMO halt. Und da hab ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber um das halt auszuprobieren, wie gut das funktioniert, was ich mir hier so einfach auf dem Zeichenbrett quasi überlegt habe, muss ich natürlich erstmal selber ins Endgame kommen. Und da hab ich halt ein bisschen geschudert. So. Jetzt muss ich das durchziehen und dann mal Hardcore leveln. Dr. Who ist Beste, sagt der Zest. Zest, du bist cool. Dr. Who ist Beste. So sieht's aus. Ich find, äh, was ist dein Lieblings-Doktor? Ich find David Tennant, äh, am besten. Aber da scheiden sich ja so, äh, die Geister. Aber ja, ich find auch den neuen, äh, wie heißt der, Peter Capaldi oder so, das ist ja jetzt mal wieder ein alter Dr. Who, den find ich auch großartig. Das ist halt eine ganz andere, andere Dynamik. Also Dr. Who ist halt eine britische Serie, falls ihr das nicht kennt, über so einen zeitreisenden Typ, der mit einer Telefonzelle durch die Zeit reist. Das ist ziemlich verrückt. Aber, ich fand das auch immer scheiße. Aber dann hab ich mir mal ernsthaft so eine Staffel reingezogen und ich bin jetzt ein richtiger Fanboy geworden. Muss ich sagen. Ähm, Myratax im Podcast ist auch ein riesen Dr. Who-Fanboy. Nur deswegen hab ich auch angefangen mit ihm. Hab ich, äh, hab ich zugestimmt mit ihm einen Podcast zu machen? Nee, ist Quatsch. Aber das war ein guter Pluspunkt auf jeden Fall. So. Hier sind wir doch jetzt einige. Okay, Lady Gamer 666. Okay, die Gruppe ist voll. Wunderschön. Also ich hoffe, ein paar von euch sind jetzt reingekommen aus dem Chat. Und, äh, dann machen wir jetzt mal hier einfach hardcore die Missionen durch. So. Ich muss sagen, dass, äh, die, äh, Standard-Story-Missionen in diesem Spiel, also diese Kämpfe, ne, die so in der Welt passieren und so, sind halt irgendwie immer gleich. Die wiederholen sich von Gebiet zu Gebiet. Aber hier diese Story-Missionen sind immer, finde ich, sehr interessant. Die seien gerade die Gebiete. Da gab's eine ganz früh, äh, in einem Kaufhaus, wo diese Cleaner halt, äh, Weihnachtsbäume und alles mögliche abgefackelt haben. Das, äh, Kaufhaus ist immer mehr abgebrannt über die Missionen und so ein Kram. Also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, was man so machen kann in so einem, äh, realistischen Setting. Ist schon, ist schon ziemlich, ziemlich cool. Auf jeden Fall. So, erstmal hier in den Kühlschrank gucken. Und das Wasser stehlen. Hier, das muss ich scannen. Da gibt's doch nochmal was. Die anderen Geiseln suchen. Also ich mein, das ist eine coole Sache hier, diese Echo-Dinger. Das war auch eins von den Dingern im Trailer damals auf der E3, falls ihr euch erinnern könnt, als das Spiel hier angekündigt wurde. Wo alle so gesagt haben, boah, ist da hier irgendwie so Crime-Detective-Shit. Erinnert ja stark an dieses eine Batman-Game, ne, kennt ihr ja wahrscheinlich. Wo man so eine, ähm, so eine Crime-Scene, so einen Tatort rekonstruieren muss mit so einem, so einem Interface hier. Ist hier, muss ich sagen, zwar visuell hübsch, aber eigentlich nur ein Gimmick. Also macht keinen so großen Unterschied. Aber ist, ist schon eine nette Sache auf jeden Fall. Hab Angst vor den Angels. Ja, die Angels aus Doctor Who meint er. Das, das sind auch, glaub ich, aus, oh Mann. Also Doctor Who kann total Banane sein und total durchgeknallt. Ist halt, wie gesagt, einfach ein Typ, der mit der Telefonzelle durch die Zeit reißt. Aber es gibt da Folgen, und die sind halt wirklich wie so ein kurzes Horror-Movie. Und die haben, äh, diese, diese Engel, wovon Earl jetzt auch geredet hat, ähm, wurden, also, finde ich, sind eine der gruseligsten Kreaturen, die es gibt, überhaupt. Weil, äh, die Folgen damit sind halt auch immer so heftig. Diese Engel, also der Gimmick von denen ist, das sind Statuen, also denkt man, und die können sich, äh, die bewegen sich nur, wenn man die nicht sieht. Und, äh, dann, wenn man kurz blinzelt, dann kommen die auf einen zu und so ein Quatsch. Also, das, das ist richtig gruselig und richtig hart gemacht. Ist natürlich, äh, schwer jetzt zu erklären, so, aber, ähm, ja, ist ziemlich geil auf jeden Fall. So, sehr kreativ auf jeden Fall. Alles Mögliche in Doctor Who ist sehr kreativ. Deswegen mag ich die Serie ja auch so. Oh, da ist ein, äh, ein englischer Mensch in unserem, in unserem Stream. Habt ihr ihn gehört? Der hat sich hier in das Team geholt, äh, reingeholt, irgendwie selber. Den schmeiß ich gleich mal raus. Du bist ja immer noch nicht 30. Ja, siehste mal. Ich schludere. Ja. Aber das wollen wir ändern, ne? Ich will jetzt, äh, Level 30 werden. Ich muss nur gleich mal hier das Team aufräumen, nachdem wir die Mission gemacht haben. den Doop mal rauswerfen, dass mehr von euch mitspielen können. Bugfish. Die Angels sind so schlimm. Also, ich bin nicht der Einzige, der sich einpisst. Vor den Angels aus Doctor Who. Und auch offensichtlich nicht der Einzige Doctor Who-Fanboy hier. Das finde ich sehr cool. Das macht euch alle sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ist übrigens auch so, jeder, jeder, dem ich gesagt habe, hey, Doctor Who ist geil, die haben erst mal die meisten, oh, verkackt, die meisten gesagt, was ist das für ein Quatsch? Aber nachdem ich dann, äh, darauf bestanden habe, dass die sich da mal so eine Staffel angucken, waren die ja auch alle quasi überzeugt, nach kurzer Zeit. So, Earl, ne? Hebst du mich mal auf? Oder so? Ich liege neben dir. Jawohl. Thanks. Okay. Okay. Okay, dieser Ur-Vet-Nov. You're wet now. Ach so, Ur-Vet-Nov. Toll. Oh, das ist, das ist ein dreckiger Witz. Aber auch ein schlechter, schlechter Nickname, muss ich sagen. Ja, verkackt. Ähm, der ist, ist wohl nicht aus dem Stream, sondern einfach irgendein, äh, Spielersuche-Dude. Wie gesagt, nach der Mission gucken wir nochmal, dass wir dann, also was ich gemerkt habe, bei diesen Snipern ist, da muss man übrigens, äh, muss man nah rangehen. Dann holen die ja ihre Pistolen raus. Wenn man auf Distanz bleibt, sind die viel gefährlicher. Da muss man ein bisschen stürmen. Exterminate. Lord Gardon. Meine Güte, ihr seid ja irgendwie alle Doctor Who-Fans hier gerade. Daleks, ja? Welche Folge ist die mit den Angels? Fragt der Flexi, Flexible on Stream, ja? Habe ich das richtig gelesen? Sorry. Ist gerade so klein, der Chat. Ähm, ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich glaube, äh, die heißt irgendwie Don't Blink und dann gibt's auch noch Don't Blink 2. Das sind die, einige der ersten Folgen mit diesen Angels. Aber ich kann kämpfen. Und die sind, die sind hart, weil, ne, das halt auch teilweise aus der Ego-Perspektive ist, wo du halt siehst, wie die blinzeln und dann kommen diese Engel immer näher und, oh Gott, nicht alleine im Dunkeln gucken, auf jeden Fall. Außer ihr könnt sowas ab. Aber, ich bin da so ein, so ein kleines Weichei, muss ich sagen, was sowas angeht. Und mehr so, also ich, ich kann mir Blot und Gore, Typen werden zerfleischt, Quentin Tarantino-Style, Sam Raimi-Style, Evil Dead. Kann ich mir den ganzen Tag angucken, das macht überhaupt nichts. Aber, ähm, so mehr so psychologischer Horror, so wie in Alien, ja, also man, das Geile an Alien 1 ist ja, dass man das Alien halt die halbe Zeit nicht sieht und auch nicht sieht, was es macht. Man sieht nur, dass die Leute wegsterben. Und ähnlich, so ein bisschen psychologischer halt der Horror, ähnlich ist es auch mit den Angels. Du siehst sie halt nicht, die Typen killen, die bewegen sich halt einfach nicht, wenn man die, weil man, weil man die halt nur, ähm, weil die sich nur bewegen können, wenn man blinzelt. Mein Gott, jetzt kann ich gar nicht mehr reden und verkackele. Vielen Dank für den Follow. Phoenix? Phoenix? Hallo Osche, grüße dich. Hallo DeJaga. Oh, 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 oh. So. So, 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 okay. Ähm, ich muss mal kurz den Chat ignorieren für einen Moment, weil ich hier sonst irgendwie hart verkacke. Wir müssen ja hier den Dude mal killen und ich helfe hier gerade überhaupt nicht mit. So, schön hinten auf den Weakspot geschossen. Ne? Lieutenant ausgeschaltet. Alles gut. Alles gut. Dann gibt's Loot. Da oben auch. Aber da komm ich, na, das ist ja, das ist ja geil. Da muss ich doch irgendwie, ja. Ninja Looting. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank dafür. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Agent, Sie müssten uns auf den Wartung überhören. Die Gebäude Pläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Schicke Bar hier. So auf dem Dach. Das finde ich immer cool in diesen New Yorker Wohnungen. Äh, wie heißt diese Serie? How I Met Your Mother. Ja gut, wieso fällt's mir nicht ein? Das ist eine der bekanntesten Serien im Moment, würde ich ja sagen. Oder als es noch gelaufen ist. Die haben ja auch immer dann auf den Dächern und sowas in New York gefeiert und das sieht man ja ganz häufig. Aber das ist tatsächlich so diese ganzen, ähm, kastenartigen Gebäude mit den riesigen flachen Dächern. Ne, da hast du dann, wenn du so eine Dachwohnung hast, halt dann auch immer richtig geil schön so ein, äh, so eine, quasi das ganze Dach ist deine Terrasse und dann kannst du da halt einfach schön grillen und sowas. Das ist ziemlich geil. Werde ich das Endgame zocken? Na sicherlich, äh, The Jax. Das ist ja der Plan. Ich muss jetzt erstmal halt hochleveln. Dann spiele ich das Endgame und, äh, mach mir dann halt auch nochmal Gedanken über Videos zu verschiedenen Charakterbilds. Ach du Scheiße, wir reden gerade über die Angels in Doctor Who und jetzt, äh, wollt ihr mich verarschen? Ne, also diese Mannequins erinnern mich eher an die allererste Folge, wie gesagt. Da gab's die auch, die sich, äh, also so Mannequins, das waren aber eigentlich Aliens. Die sahen nur aus wie so Mode-Mannequins, die sich dann bewegt haben. Das ist ja, ist ja geil. Sowas habe ich in dem Spiel bisher auch noch nicht gesehen. Gut. Genug beobachtet, jetzt muss wieder geballert werden. Äh, Zuim. Weg da. Nice. Netflix ist kostenlos? Ne, ne, Netflix ist nicht kostenlos, Leute. Netflix muss man zahlen. Achso, CES heißt geschrieben, Netflix ist nicht kostenlos. Jaja, aber Doctor Who ist ja eine BBC-Serie. Ich weiß nicht, ob es das auch auf Netflix gibt, wo wir gerade dabei waren. Aber BBC hat, soweit ich weiß, einen eigenen Online-Dienst, wo man, äh, wegrollen und draufschießen, wo man, wo man, ähm, die Serien von denen eben selber schauen kann. Buckfish, nicht blinzeln. Genau das meinte ich eben. Die Folge mit den Angels in Doctor Who heißt Don't Blink oder nicht blinzeln halt im Deutschen. Ich hab die halt alle auf Englisch geguckt, ne, die Doctor Who-Dinger. Ist halt auch eine britische Serie. Das, finde ich, gehört für mich so ein bisschen mit dazu. Aber ich finde, ich hab auch mal ein paar Übersätze vorhin gesehen. Die sind gar nicht so schlecht. Also eine Sache haben wir in Deutschland ja, die richtig gut ist. Wir haben sehr gute Synchronsprecher. Wir haben wirklich eine sehr gute Synchronkultur. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Ich kenne ein paar Leute, ähm, also über die Arbeit, ne. Bei mir im Labor gibt es halt ein paar aus aller Herren Länder. Spanien, ähm, und Libanon habe ich ein paar Kollegen. Und, äh, die Spanierin hat gesagt, bei denen ist es so, dass die Untertitel ich weiß nicht, ob ihr mal spanisches Dragon Ball gesehen habt oder so. Das ist ziemlich lustig, weil dann ist es so, ja. Also die haben quasi, äh, haben es quasi nicht geschafft, obwohl es so ein Anime ist, das Lippensynchron zu machen. Und da haben die halt ein Riesenproblem damit, die Sprache da irgendwie reinzukriegen. Und, äh, im Libanon haben mir die anderen Kollegen erzählt, machen sie es tatsächlich so, dass die den Scheiß halt gar nicht übersetzen. Da kommt halt einfach alles Englisch im Kino, alles Englisch mit libanesischen Untertiteln. Haben sie einfach drauf geschissen. Deswegen können wir werden uns eigentlich freuen, dass wir so eine gute Synchronkultur haben und ein paar richtig gute Synchronsprecher. Hey, Leo, vielen Dank für den Follow. So, ich hoffe, wir sind jetzt mit diesen Mannequins fertig. Das ist jetzt hier, das war zu viel für mich nervlich, wo wir gerade über die Angels von Doctor Who geredet haben, wie gesagt. Habe letztens Doctor Who angefangen, finde ich sehr trashig, sagt der Jax. Wird es besser. Kommt drauf an, welche Staffel du gesehen hast. Es ist ein bisschen trashig und cheesy, aber das macht es auch ein bisschen aus. Übrigens, vielen Dank für den Follow. Sorry, ich habe deinen Namen gerade nicht gelesen. Kannst du mal kurz den Chat schreiben, dann lese ich noch ein paar vor. So, okay, ich vernachlässige mein Team, weil ich so viel Chat lese. Sykst, grüße dich und vielen Dank für den Follow. Das ist ja nice hier. Also, wie eben schon gesagt, ich finde das sehr cool, was wir hier mit den Gebieten machen. Diese ganzen Areale sind doch visuell ziemlich affektionsreich. Halt in den Story-Missionen, wie gesagt. Wow, das hört ja gar nicht mehr auf. Jax, auch dir, danke für den Follow. Ich wechsle mal zu meinem Präzisionsgewehr, obwohl ich irgendwie glaube, dass das wesentlich schlechter ist, weil ich ja hier, ja, ist wesentlich schlechter. Hier, der Typ redet schön Taktiken rein, ihr hört den vielleicht im Hintergrund so ein bisschen, aber keine Sau, achtet auf den, weil wir hier einfach über Dr. Who quatschen und alle ballern drauf, also, das ist irgendwie verschwendete Mühe von ihm. Marco war's. Alles klar, Marco, danke für den Follow. so. Ja, der ist doch gleich down hier. Der Labbe. Labbe, sagt man in Hessen. Er wird von dem Dude da hart verprügelt. Stellt er sich einfach davor und haut den. Geronimo, Leroy Jenkins. Ich warte noch auf den ersten, oh, da ist noch einer, oh shit, ich wollte gerade den Kollege aufheben, da muss ich gerade erst noch mal, vielleicht revive den das, was, jawohl, geil, ich habe ja diesen Heal Link, also, ist ja eine von diesen finalen Fähigkeiten, wenn du diesen Heal Link benutzt und den richtig speckst, kannst du damit eben auch direkt Kollegen, die umgelegt wurden, einfach aufheben, ohne hinzulaufen, sowas ist, finde ich, auch ziemlich praktisch, glaube ich, so remote revive oder so, dann auch im Endgame. Wie gesagt, ich habe mir schon viele Gedanken über Builds gemacht, wenn ich dann mal da bin, ich habe halt alle Skills schon durchgeguckt, mache ich dann auch Videos zu Team Builds, hatte ich ja eben schon gesagt, also das ist voll mein Plan, nur jetzt müssen wir, wie gesagt, erst mal leveln. Lord Gardon, ich bin auch deiner Meinung, er sagt, Dr. Who schaut er auch nur original, achso, schaut er original Deutsch, Moment, habe ich jetzt verlesen? Ne, okay, er findet die deutsche Übersetzung ist Mist, also ich finde jetzt nicht, dass die Mist ist, ich finde die ist passabel, aber gerade bei Peter Capaldi, dem neuen Dr. Who, diesem alten Dude, der ist halt Schotte, der hat halt einfach einen super markanten Akzent, muss man das auf Englisch gucken, finde ich. Ist übrigens sehr witzig, ich mache einen Division Stream und quatsche jetzt schon 20 Minuten über Dr. Who, aber nur, weil ihr mitmacht, ja. Könnte nicht besser sein. So, da oben noch hier der Snipergranaten, Lappe, Lappe, Klatsche, Shit. Ja. Steht der einfach ohne Cover rum hier. Okay. So. Da sind noch ein paar Dudes. Wo genau? Da oben wahrscheinlich, ja? Jetzt ist aber der Boss schon da und die ballern auch schon fleißig drauf. Ich glaube, dann gehe ich auch mal da her. Wie viel die ja aushalten, die Bosse. Ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, ach, hier so eine schöne Mischkonsole und die Veranstaltungstechnik. So was habe ich auch viel gemacht früher. Dass die Typen halt einfach hier so, ja gut, die tragen jetzt hier so ein bisschen Rüstung, aber dass man hier so, vier Leute müssen quasi 20 Magazine in den Kopf entladen, um hier so jemanden zu erledigen, das finde ich einfach so, ich weiß nicht, da komme ich immer noch nicht so drauf klar, diese Diskrepanz zwischen Gameplay, wir haben hier Bullet-Sponjige Gegner, weil es halt ansonsten so im MMO keinen Sinn macht und es sind halt einfach nur so Typen auf der Straße, ich kann das immer noch nicht so ganz, aber ich denke mal, wenn man das länger spielt, vergisst man das komplett, oder? Ich würde gleich mit beitreten, bin aber schon Level 30. Och, das ist wahrscheinlich zu stark. Rallo, dann geht es schneller. Wir wollen ja hier Power-Leveln so schnell wie möglich, nur Story-Missionen durchhauen und so weiter, dass ich mal Level 30 werde, endlich Endgame mit euch spielen kann. Also, ich wollte hier den Ami eh gleich rausschmeißen, der hier einfach sich so reingeschlingelt hat. Hab zwar mal eine Synchronrolle bei Dr. Who gesprochen, werde es aber auch Englisch weitergucken. Wie, du hast eine Synchronrolle bei Dr. Who gesprochen? Bist du Synchronsprecher? Tatsächlich. Das ist ein cooler Beruf, also, wenn man da sich so ein Repertoire aufgebaut hat, das ist auch immer was gewesen, was ich machen wollte. Finde ich sehr witzig. Wie lange dauert Level 30 circa? Fragte Rexton. Das dauert eine Stimmeweile. Bei mir ist eine Scharfschütze. Okay, sorry Jungs und Mels, ich muss jetzt mal aus dem Chat raus und möchte mal hier wieder ein bisschen... Aber wir haben es durch, nur ist ein Scharfschütze noch. So, ich folge dem Earl mal, der sagt, hier ist noch ein Scharfschütze. Knallen wir noch schnell ab und dann gehen wir raus hier in die nächste Mission. Wo denn? Hier so? Nee. Oben. Muss oben sein. Ja gut, wenn wir die jetzt nicht finden, wenn die irgendwie in der Wand gespawnt ist, so ein Quatsch passiert ja einfach manchmal, dann hauen wir halt einfach ab. Anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barrett aufgenommen. Ziemlich krasses Material, aber vielleicht hilft es ihm. Ich lade es ihnen hoch. Na, keine Ahnung. Dann hauen wir einfach ab. Finde ich gerade nicht. Hier auf dem Laufsteg erstmal ein bisschen rumtanzen. Crime Pace. Oh ja. Sag das mal zu Batman. Hat übrigens einer von euch schon den Batman vs. Superman Film gesehen. Ich habe so schlechtes gehört. Ein Kollege von mir, der im Kino arbeitet, der ist total enttäuscht. Hat ihn halt schon sehr viel früher gesehen. Deswegen bin ich auch nicht rein. Der ist genau wie ich ein riesen Batman Fan und kennt sich halt in dem Universum auch so ein bisschen aus. Und der meint halt, der Batman vs. Superman Film wäre einfach beschissen. Story technisch und alles. Ben Affleck wäre zwar ein guter Batman, hat er gesagt, aber der hätte lieber einen eigenen Film erstmal nur über Batman machen sollen. Denn dieser ganze Superman und Wonder Woman Kram wäre wohl total scheiße. Ach was, hast du vor ein paar Jahren mal gemacht, war aber nur eine Nebenrolle, sagt der Jax. Das ist ja witzig. Also das ist ja eine coole Sache, mal bei Doctor Who einfach eine Nebenrolle gesprochen. Ist ja egal, aber schon lustig. Da muss man wahrscheinlich auch erstmal, ich weiß gar nicht, wie man die Karriere als Synchronsprecher startet. Heutzutage wahrscheinlich, indem man YouTube-Videos macht, so wie der Gronkh, der ist ja auch in ein paar Games gelandet. Ich bin mir sicher, der macht nebenbei auch noch mehr Synchronarbeit. Ja, es ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf eine Synchronsprecherschule gehen kann oder sowas. Okay, alles klar. Ja, na gut. Wir sind jetzt raus hier. Ich werfe den Typ jetzt gleich mal raus. Wir machen wohl offensichtlich noch diese Sequenz hier. Ja, würde ich sagen. Komm, wir machen doch hier gerade diesen Kampf durch und dann werfe ich den Ami raus und dann kann noch einer von euch aus dem Chat mitspielen. Ich muss gleich mal gucken. Ihr könnt jetzt mal gerade, wenn ihr im Chat unterwegs seid, so wie der Earl hier zum Beispiel, das weiß ich, der spielt ja immer mal mit, und mit im Team seid, dann schreibt das doch gerade mal, dann kick ich euch nicht. Den Rest werfe ich raus, so dass welche von euch noch mit rein können. Also wenn einer von euch dabei ist, schreibt einfach ganz kurz mal. Jetzt müssten wir hier rein in dieses kontaminierte Gebiet. Ich weiß nicht, ob mein Filter dafür gut geht. genug ist, muss ich sagen. Hier gibt es gar keinen Eingang. Das muss irgendwo außen sein. Ich werde es ja irgendwie verkackt oder so. Ach da, über den Truck. Okay, ach. Ja, es ist die Division. Man muss immer über irgendwelche Trucks klettern. Ich gehe da schon mal ja rein. Und? Offensichtlich ist mein Filter akzeptabel, aber nicht nicht lange. Ich muss hier raus. Okay, das muss jemand anders machen. Gut. Ach ja, deine Mutter arbeitet beim WDR und hat Connections. So habe ich mir das gedacht, ne? Wenn so eine Synchronsprecherrolle, gerade wenn du auch Fan bist von Doctor Who, sowas wäre halt voll cool, fände ich. Aber, ja, so, ich glaube, so läuft das halt über Vitamin B. Gerade in diesem Film- und Fernsehbusiness, ne? Ist das halt alles so ein bisschen, ähm, wie sagt man, ne? Ja, Vitamin B halt, also man muss die Leute kennen und so weiter. So, die sollen mal die Virenscanner aktivieren. Ich kann da nicht reinlaufen, mein Filter ist zu niedrig. Und, äh, ich will ja auch wieder weiter jetzt eigentlich Story-Missionen machen, weil ich bin erst Level 21. Gott, verdammt nochmal. So. Äh, Rexton fragt, ob er mitzocken kann, ist Level 12. Ja, wir gehen halt gleich in die Level 20er-Missionen, Level 21 und so weiter und machen die jetzt durch. Also, ich weiß halt nicht, ob, äh, das so smart wäre. Ruf Unit, die kicken den Ami dann. Okay, ähm, ist da jetzt einer reingelaufen und macht den Scheiß? Ne, ne? Ich bin rein und hab diesen Kack aktiviert und jetzt macht keiner weiter. Leute, was soll das denn? Gut, ich scanne erstmal. Okay, das ist nur so ein Agenten-Trace. Ich kann da halt leider, wie gesagt, nicht rein. Der Earl, überlebt das, oder? Der ist da drin. Ja, der macht den Scanner, glaube ich gerade. Mein Filter, wie gesagt, ist nicht gut genug. Ich glaube, er hat's. Ja, you can't hear me, Slaw? Ja. Und jetzt rennt er hier rum. Ich seh ihn durch die Wand. Wenn ich reingehe, sterbe ich halt, Leute. Earl rennt einfach hier die Treppen hoch. Du hast noch zwei Minuten, um den Scanner zu finden, Earl. Ich bleib so lange hier draußen, weil ich da drin einfach sterben würde. Aber ja, ich werfe jetzt mal hier den Ami raus. Skyfox, die werfe ich jetzt einfach mal raus. Da, die Gruppe entfernen. Da, Privatsphäre, nur Freunde. Dann machen wir das jetzt ein bisschen anders, Leute. Wenn ihr mitspielen wollt... Oh, da ballert was auf mich. Sekunde. Ja, geil, da kommt einfach so ein Typ mit der Schrotflinte auf mich zugelaufen, wenn ich im Menü bin. Vielen Dank. Geil, aber es gibt blauen Loot. Okay, ich glaube, ja, der Earl hat es gepackt. Hat den... Polypolex. Polypolex, habe ich das richtig gesehen? Vielen Dank für den Follow. So, so, nachdem wir das hier fertig haben, diesen Kampf, diese Kampfmission, dann erkläre ich euch mal, wie wir das gleich machen, wenn ihr mitspielen wollt. Jetzt ist ja gerade, wie gesagt, der Earl drin. Nur aus dem Chat, aber wenn ihr auch Bock habt, shit, hätte ich in den Cover gehen müssen. Ah, ich kann es ja jetzt gerade mal zeigen, während ich sterbe. Und zwar, geht ihr einfach, wenn ihr auf PSN, PS4 spielt, hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, aber jetzt sind ja ein paar dazugekommen, auf dieses Community-Dings und sucht nach The Division, Doppelpunkt, Bad Beards Crew. Das ist halt meine Gruppe, die wir hier haben, zur Mitspielersuche. Gourov, vielen Dank für den Follow. Und da könnt ihr rein und dann, wenn ihr drin seid, einfach hier rumschreiben, wenn ihr Leute sucht und so, aber wenn dann irgendwer spielt, zum Beispiel, wenn ich jetzt spiele, könnt ihr dann hier auf diesen Tab, Now Playing, oder Im Spiel, oder wie auch immer das im Deutschen dann heißen würde. Und da könntet ihr dann mir beitreten quasi. Und ansonsten schreibt mir einfach eine Freundesanfrage auf PSN, aber geht am besten in diese Gruppe. Wie gesagt, da findet ihr alle möglichen Spieler. Ich heiße da einfach The Bad Beard und dann mache ich gleich diese Gruppe nochmal auf, nachdem ich wieder lebe und dann könnt ihr mitspielen. Polypolar, sorry, ich habe das eben auf dem Screen nicht so gut gesehen. Okay, so, Kampf ist abgeschlossen. Sehr gut, ohne dass ich was gemacht habe, nur gestorben. Das hat der Earl alles gemacht, ist da schön durch das Gebäude gesprintet. Okay, also, mein nächstes Ziel ist jetzt, wie gesagt, die nächste Mission einfach. Aber erstmal müssten wir hier in das Safehouse und dann haben wir hier die, genau, Level 22 Mission. Okay, das ist ja wohl ideal. Dann gehen wir erstmal in das Safehouse, holen uns die neuen Nebenmissionen und alles und dann machen wir direkt, sobald es geht, die nächste Story Mission. Schnell leveln. Ja, Earl, ich habe gesehen, dass du das geparkt hast. Ich habe nämlich die Erfahrung bekommen. So. Okay, also, wie gesagt, die Gruppe ist jetzt offen. Also, zumindest auf Freunde können beitreten. Das müsste halt auch hier über die PSN-Gruppe funktionieren. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber, ja, müsste eigentlich funktionieren. Sobald ihr halt in dieser Gruppe seid, könnt ihr einfach hier, wie gesagt, den Sitzungen beitreten. Dann auch meiner wahrscheinlich. Ich nehme hier mal gerade die Friend Requests an. Ah ja, sind schon wieder vier. So. Falls das einer von euch ist, ne? Okay. Don Wagner. Gut. Fußweg. Okay, ein halber Kilometer. Naja, das geht ja. So, jetzt trinke ich aber erstmal noch einen Schluck von meinem schönen Kaffee, der jetzt nicht mehr heiß ist, aber immer noch Kaffee. Oh. Oh Mann. Wir sind schon hier Level 23, ne? Ich bin ja erst noch 21. Grenzwertig, würde ich sagen. Geht aber. Der Earl ist 24, also das läuft schon. So, eben war ja hier jemand, der noch beitreten wollte, der Level 30 ist. Also du kannst auch gerne mitmachen, wie gesagt, wenn du overlevelt bist, geht's halt schneller. Das passt schon. Okay, da. gleich nochmal gucken. So, wir sind, jawohl. Da ist nochmal was zum Scannen. Hier sind wir eben, beziehungsweise hier bin ich eben gestorben. Ach ja. Man muss sehr viel spazieren in der Division. Geben wir dem mal, was auch immer er will. Oh je. Ach ja? Was war das denn? Scheiße, hier sprengt irgendwer. Aber ich will erstmal in das Safe House, bevor ich weitermache. Die nächste Story Mission, oh, soweit ich das gerade gesehen habe, ist ja auch, ist auch für Level 22. Ich bin ja, ja, bin ich fast. Können wir fast machen. Gut, da ist das Safe House. Das ist auch hier rein, oder nur auf der anderen, ne, auf der anderen Seite, ne? Ja. Da zeigt der Pfeil hin. Ja, Raxton, ich nehme gleich deine Freundschaftsanfrage an. Hallo Tom. Grüß dich. Beziehungsweise Brain Optimizer. Leg mal los, Level 30, go, go, ja? So ungefähr. Ist ja der Plan, ist ja der Plan, Tom. Wir wollen ja jetzt mich hochziehen, so ein bisschen. Ich habe halt geschludert, ich habe geschludert, bin jetzt noch Level 21. Habe ich aber über den Stream ja schon genau erklärt, warum. Ihr wisst es ja, wenn ihr mir auf YouTube auch folgt, dass ich da halt einfach jetzt nicht leveln konnte, oder spielen konnte überhaupt, weil ich krank war. Habe dann noch tatsächlich probiert, ein paar Division Videos zu machen. Habe ich dann auch noch geschafft am Anfang, aber da war ich halt wirklich richtig krank, so 40 Fieber und sowas und dagegen halt einfach gar nichts. Jetzt, jetzt bin ich wieder einigermaßen fit und wir legen halt jetzt hier dann los. Halt ein bisschen verspätet, aber was, was sollen wir machen? Okay. Okay. Ich nehme mal kurz deine Freundschaftsanfrage an, Rexon. Und dann, jawohl. So. Jo. Okay. Also. Bevor wir jetzt loslegen mit der Mission. So. Habe ich jetzt ein paar angenommen. Ich mache nochmal hier die Gruppe auf. Ich glaube, dann könnt ihr besser reinjoinen. Schreibt doch nochmal gerade in den Chat, ob ihr Bock habt, wer jetzt noch Lust hat, mitzuspielen, dass wir das jetzt ein bisschen regeln, weil, wie gesagt, wir haben noch zwei Plätze frei und zu viert ist es einfach besser, diese Mission zu grinden. So. Okay. Das haben wir. Okay. Okay. Okay, das ist der Rexton, der ist halt Level 12. Das wird ein bisschen schwierig, die Level 22 Missionen mit Level 12 zu machen. Ich glaube auch nicht, dass du da so viel mehr Erfahrung kriegst, weil da ist bestimmt so eine Art, na, wie sagt man, so diminishing returns, ja, sind da so drauf, dass du wahrscheinlich einfach nicht gezogen werden kannst so richtig hart, weil sonst, wenn du irgendwie Level 30 Freunde hast, die ziehen dich dann halt durch Level 30er Missionen und dann bist du halt ganz schnell Level 30. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so easy ist. Uh, kann ich nicht lesen. Ha, Blumenkohlkopf, grüße dich. Frohe Ostern, ja, auch dir, Tom. Mit 30 wird es noch übler, ja, glaube ich gerne. Ja, Rexton, wir probieren das gleich einfach nochmal. Aber wie gesagt, einen Platz haben wir noch frei, also, ne, wenn ihr Lust habt, joint einfach rein, aber ich denke mal, wir gehen jetzt, gehen jetzt einfach mal los und machen hier, ne, ich würde sagen, wir machen erstmal noch hier so einen Kampf oder sowas, bevor wir jetzt in die, in die Story Mission gehen, die ist nämlich, wie gesagt, schon Level, immer so eine Nebenmission oder so, ich markiere die gerade mal. Einfach, damit ich ein bisschen XP noch kriege, weil ich bin, wie gesagt, fast 22. Blumenkohlkopf, vielen Dank für den Follower. Nice. Na toll. Kommen wir hier aus der Tür raus, ist hier direkt so ein dicker Boss. Nein, geh weg. Ich muss nachladen. Ich muss auch mal besseres Equipment holen, auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja schon zwei Level weiter, ne, ein Level weiter, gleich zwei Level. Uh. Ich muss mir mal hier hinter einem, in einer anderen Deckung platzieren, hier so oder so. Ich mach mal meinen Heilungslink, da wird der Raxton hier auch wieder aufgehoben. Der Earl auch. Ne, der Earl lag ja gar nicht. Ja, egal. Ja, ich merk schon, die sind 23, meine Waffe ist zwar gut, aber nicht gut genug, offenbar. Da muss ich halt wirklich gleich nochmal ein bisschen besseres Equipment holen. Das Gute ist, wenn ich mich heile, ich hab ein Mod drin, dass ich mich auch ein bisschen buffe und, äh, halt mehr aushalte. Aber, ich fürchte, wenn wir jetzt hier die Mission machen, muss ich echt nochmal ein bisschen besseres Equipment besorgen. Ich kann ja gleich erstmal schauen, ich hab jetzt schon lange nicht mehr ins Inventar geguckt, was wir so alles gefunden haben eben. Muss ja was dabei gewesen sein, was ordentlich ist. Na, ich baller den mal hier schön auf seinen Weakspot. Jawohl, so muss das aussehen. Jetzt ist er gestunnt. Ah, das war's doch auch. Jawohl. Alles klar. Wie hat nix gedroppt? Das ist aber scheiße. Hallo? Hallo? Ja, Brandgeschosse, sagt der Tom und so weiter. Das, äh, ja, mit dem Zeug, ne, muss man dann halt gucken. Ist klar, dass man diese Buffs, ich werde mir das eher fürs Endgame aufheben, kommt drauf an, wie schwer das jetzt noch beim Leveln wird. Aber, na, im Endgame muss man natürlich alles nutzen, was man hat. Ne, ich hab das alles schon, wie gesagt, mir angeschaut, obwohl ich jetzt noch nicht so hoch gelevelt bin. Aber ich weiß Bescheid. Und, wie gesagt, hab auch schon ein paar Charakterbilds mir ausgedacht. Ja, ist klar, da muss man wirklich gucken, was haben die für Resistenzen, Brandgeschosse und so ein Kram, muss man halt die Buffs nehmen, die einzelnen Verbrauchs-Items und so weiter. Muss man wirklich gucken als Team. Mutant Stones sagt, nimm mal, ähm, Explosivgeschosse, die sind generell OP. Probiere ich gleich mal aus, auf jeden Fall. Ähm, okay. So, hier sind auf jeden Fall zwei. Wie gesagt, ne, ich hatte es eben schon mal erwähnt, ein Platz ist noch frei, also wenn ihr rein wollt, tut euch keinen Zwang an. Hier müssen wir noch Medikamente identifizieren, irgendwo. Da hauen sie einfach ab. Sehr weich. Ah, immer gleich mal die, die Explosivgeschosse. Ja. Oh ja, ich seh das schon. Ziemlich witzig. Also, es ist ja doch schon ziemlich Fantasy-mäßig, wenn man Explosiv-Brandschaden, Elektroschaden und sowas hat, Elementarschäden. Und erinnert daher auch minimal so ein bisschen an Destiny. Da gibt's ja auch Explosivgeschosse, Brandschaden und so ein Quark. Ja. Okay, das sind wohl die Medical Supplies, die wir hier brauchen. Wo ich spiele, fragt der Mutant Stones. Ich spiele auf PS4. Siehst du ja auch an den Buttons, die hier aufkreuzen. Und, ah, da ist noch ein Handy, was wir mitnehmen können. Aber wir müssen gleich mal gucken, dass wir wirklich schnell wieder die, also erstmal hier die Nebenmission, dass wir wirklich schnell wieder die Story-Mission machen, was viel Erfahrung gibt, alles. ganz schön lange Nebenmissionen hier. Da müssen wir noch, noch einen Bereich säubern. Das ist schon der dritte. Funksprüche. Flup. Ja, aber ihr seht schon, meine Ausrüstung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Geht auf Entdeckung. Sollte es da in Deckung gehen, Kollege? Ach so, du spielst auch auf PC mit Controller. Okay. Ja, ich denke mal, das Spiel kann man auch auf jeden Fall gut mit Controller spielen. Auch am PC macht das keinen großen Unterschied, nehme ich mal an. Da man ja wirklich einfach, ne, in der Deckung sitzt, man hat Zeit zu aimen, das Auto-Aim ist, also es ist ja so ein bisschen Snap-Aiming, ihr seht es ja hier, ne, geht so ein bisschen auf die Gegner. Das geht auf jeden Fall. Hat man keinen großen, keinen großen Nachteil, wenn man mit Controller spielt. Ich finde halt immer, das ist das Ding Feedback, ne, das haptische Feedback, klingt blöd, aber das ist im Prinzip einfach die Rumble-Funktion vom Controller. Das macht es nochmal ganz anders. Deswegen, ich glaube, ich habe drüber nachgedacht, ich glaube, deswegen spiele ich mittlerweile Shooter wirklich lieber auf Konsole, weil, ähm, dieses Feedback mir bei einer Maus fehlt. Es gibt natürlich auch Mäuse mit Rumble-Funktion, aber so ein richtiger Pro-Gamer-PC-Spieler will natürlich nicht, dass seine Maus wackelt, weil das Aiming dadurch ja schlechter wird, ist klar. Ähm, aber keine Ahnung, für, ich sag mal, Immersion, oder wie auch immer man das nennen will, äh, finde ich, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. auch, äh, wenn Virtual Reality ist ja jetzt hier, ne, Oculus und so weiter draußen, Playstation VR. Ich habe übrigens jetzt auch endlich geschafft, eine vorzubestellen, kommt auch am Ende des Jahres und so, dann hat man halt noch das Headset und kann sich bewegen, dann wackeln die Controller und so ein Kram, dann fühlt man sich schon ziemlich in so ein Game reintransportiert. Oh, ich kann gerade nicht deinen Namen lesen. Ah, Julian, Julie Not, okay, Julie Not. So, bin ich jetzt gestorben, weil ich deinen Namen vorgelesen habe, aber, mache ich gerne, mache ich gerne. Vielen Dank für den Follow. Muss mich der Earl gleich mal aufheben. Oh, der ist weit weg, da muss ich eine Menge kriechen. Mutant Stones, danke für den Follow. Blumenkohl, Blumenkohlkopf bietet mir an, ihn zu adden, dann kann er mir heute Abend oder so in der Dark Zone helfen. Ja, sehr gerne. Ich habe, also, grundsätzlich, wenn ich streame, meistens, wenn ich Multiplayer spiele, streame früher bei Destiny, auch jetzt bei der Division, auf jeden Fall immer gerne, ist immer dafür gedacht, mit euch zusammen zu spielen, das ist ja der Spaß daran, finde ich, an Streams. Und, da könnt ihr immer gerne in die Gruppen rein, auch wenn ich so mal spiele und ihr in meiner Freundesliste seid und ihr seht, meine Party oder so, meine Gruppe ist offen, das heißt, ihr könnt immer gerne reinjoinen und mitmachen. Also, da keine falsche Scheu. Wir haben auch immer noch Platz in unserer Party jetzt gerade eben und nochmal hier, für alle, die jetzt frisch dazugekommen sind, ne, wenn ihr Lust habt, auf eine Community-Gruppe, wenn ihr Lust habt, irgendwie Mitspieler zu suchen, falls ihr gerade mal irgendwie keine Freunde habt, die online sind oder so, einfach in unsere Gruppe, der Division Bad Beats Crew, reinkommen. Das sind ungefähr 400, 500 Spieler und, so, ich muss jetzt leider wohl respawnen und, da findet man echt schnell Mitspieler, auf jeden Fall. Aha, okay. So, ja, ähm, ich würde jetzt, ich würde jetzt halt gucken, Moment, ich muss mal gerade, erstmal gucken, was ich so an Items gefunden habe, weil meine Ausrüstung halt jetzt, ne, muss ich ein bisschen auffrischen und dann, die nächste Story-Mission ist 22, das heißt, wir machen noch hier so einen Nebeneinsatz oder so fertig, dann müsste ich auch 22 sein, da oben sagt die, die Leiste, dass ich fast 22 bin und, äh, ja, wie gesagt, ich will jetzt einfach probieren, so effizient wie möglich zu leveln. Ah ja, Level 21 Kram, sehr gut, da gibt es ja wieder einiges zu tun, einiges auszuwechseln, so, da haben wir doch direkt schon was Besseres, und jetzt ein Anagramm werfen wir weg, jawohl, ja, okay, das ist noch hinterher, Rucksack ist auch noch hinterher, ja, das ist schon ein Unterschied. Also während dem Leveln achte ich nicht so stark auf meine Ausrüstung, muss ich sagen, ich gucke halt einfach, ich kaufe jetzt nicht speziell einfach irgendwie Zeug oder so, nur zwischendurch, wenn ich mal so eine, so einen Equipment Break mache oder so, aber ich hänge da jetzt nicht immer beim Händler und optimiere das, oder so, bis ich im Endgame bin, das ist jetzt wirklich nur, um einfach irgendwie zu überleben und das halt durchzuhauen. Die Pistole benutze ich eh nie, muss ich sagen. Ey Joker, vielen Dank für den Follow. So, Schalldämpfer brauchen wir nicht hier drauf, die Pistole wird weggeworfen. Ne, ja, die ist schmisst, ist schmisst. Nehmen wir die, du kommst weg, du kommst weg, und hier kommt dann der Schalldämpfer drauf. Ich weiß nicht, worauf ich es mache. Ich benutze das, wie gesagt, halt eigentlich eh nicht so richtig, die Pistole. Also nicht wirklich viel. Ich habe ja auch nicht das Schild. Die Pistole ist am nützlichsten, wenn man dieses tragbare Schild hat, wenn man sich so ein Tank-Bild macht, dann braucht man natürlich eine gute Offhand-Waffe, weil die kann man dann noch benutzen. So, äh, was haben wir hier, ne, RPK-LMG haben wir hier, zwei LMGs. Okay, welcher hat den besseren Schaden? Die hat den besseren Schaden. Hat aber auch ein geringeres Magazin. gut, aber, äh, die hat mit allen Mods 650. Das heißt, wenn ich jetzt hier, so, übrigens Geheimtipp, ja, ich habe mich lange gefragt, wie man, dann, also man muss ja immer, wenn man die Mods entfernen will, hier reingehen, habe ich am Anfang gedacht, und die Mods einzeln rausnehmen. Dann gibt es aber hier, ne, ihr seht das, wenn ich das jetzt hier dran packe, den Button Waffe zerlegen. Und normalerweise, wenn man draufklickt auf Waffe zerlegen, zerlegt man ja die Waffe wirklich in die Compart, äh, in die Einzelteile, mit denen man was craften kann. Aber in diesem Menü-Screen entfernt das einfach alle Mods. Und, äh, hätte ich das früher gewusst, ja, hätte ich mir dieses ganze Klicke immer erspart. So, die Waffe ist noch da, aber die Mods sind raus. Das hat mir, das hat echt bei mir, hat das einen riesen Unterschied gemacht. So, in die LMG hier packen wir jetzt mal die ganzen Mods rein. Also hier so ein olles Reflexvisier, da macht die auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Damage. So, kritische Treffer-Chance, ziemlich gut. Kritischer Treffer-Schaden, das geht auf jeden Fall, klar. Allgemein mehr Damage. Ja, das ist das beste Ding. Hier, Hochgeschwindigkeitsmagazin, sehr geil. Ähm, äh, 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 Moment, ich muss mal gerade im Chat schauen, was hier noch passiert. Ich hoffe, du spielst gleich nochmal Bloodborne. Ich gucke momentan auch nochmal deinen Anfang vom Let's Play an. Ja, ähm, ich hatte den, wie gesagt, jetzt, hatte gestern oder vorgestern total Bock, weil Dark Souls 3, die japanische Version, rausgekommen ist, mal wieder Bloodborne zu spielen. So, das Ding ist nochmal wesentlich besser direkt. Aber, ja, keine Ahnung, macht jetzt nicht so einen Unterschied. Obwohl, 400, 400 Unterschied. Ja, wird schon passen, wird schon passen. Ähm, hab ich das jetzt, oh, das wollte ich gar nicht. Die wollte ich eigentlich hier rausholen. So, und dann die da hinsetzen. Und hier kommt dann, müssen wir überlegen, Präzisionsgewehr oder so. Ja, ich hatte spontan den Bloodborne DLC, The Old Hunters heißt der, gestreamt, weil, wie gesagt, einfach, ne, Bock wegen japanischem Dark Souls Release und so weiter. Und ich hab halt gemerkt, ist Bock schwer, macht mir aber unfassbar viel Spaß. Bloodborne, also so Souls Games, hab ich gerade einfach richtig Bock drauf. War sehr cool, da haben auch echt viele Leute zugeguckt dafür, dass ich's halt nicht angekündigt hab, oder irgendwas. Also trotzdem war da hier was los. Und das kam offenbar gut an. Ich lade auch den Mitschnitt momentan auf YouTube hoch. Hab mir überlegt, oh, schöne, hübsche Knieschoner, die viel besser sind. Holy Crap. Nehmen wir mit. Scheiß drauf. YOLO, sagen die Kids heutzutage. Ja, nee, wir brauchen bessere Ausrüstung. Jedes bisschen Rüstung, was ich jetzt kriege, nehme ich auf jeden Fall. Und ich hatte gesagt, ich spiele jetzt heute The Division, aber der Plan ist, vielleicht nachher nochmal ein kleines bisschen, Bloodborne oder so. Ich hab heute, wie gesagt, Open Endstream. Also, ich, äh, bin da heute flexibel. So, den ganzen Kram erstmal verkaufen. Ne. So, okay. Dann müssen wir uns noch überlegen. Jetzt haben wir hier, genau, es sind eigentlich alle schlechter. Hier haben wir noch die Fall. Ich hätte halt gerne noch ein Präzisionsgewehren, akzeptables, aber das ist halt noch Level 18. Das kannst du knicken. Ich glaube, dann bleibt hier tatsächlich wirklich die Fall. Naja, wie auch immer. Ich benutze dann jetzt halt hauptsächlich die LMG. Ja, okay. Jo, äh, gut. Jetzt machen wir noch eine, ähm, eine Mission. Warte lieber, bis du Ausrüstung kaufst. Jaja, hab ich ja eben schon gesagt, dass ich das normalerweise während dem Level nicht mache, aber, äh, ich brauchte jetzt gerade einen kleinen Equipment Boost. Ich hab gemerkt, dass das mir gerade, äh, noch zu sehr zusetzt, aber normalerweise nehm ich halt nur das, was ich halt während den Missionen sowieso schon bekomme. Hier ist auch direkt vor der Tür in dem Mission, hab ich gesehen. Ja. Nein, aus. Aus, Karl.